ja hallo liebe freunde und willkommen wieder zu einem weiteren age game und zwar shattered mines ist im moment ziemlich frisch wird produziert von den leuten von ex tasty games ex tasty games genau story ganz interessant hatte erst so ein bisschen an so eine normale plot story gedacht nur relativ interessant gemacht bin gespannt ist eine sehr frühe version 0.01 version die ich gerade im moment spiele ist auf alle fall den game wo man ein bisschen mit wie soll ich sagen superhelden würde ich nicht gerade erklären ja wir spielen einfach mal an grafik stil ist soweit ganz okay so mal wieder ein titel ja fuck yes mensch so das sind wir ja normal eben teilt nein ich möchte schon muss schon ben sein thema ist also die story ist ihr seid ein ganz kleiner kerl und irgendwie in der welt auf einmal wachen erwachen in den leuten superheldenkräfte warum auch immer klärt sich noch nicht heraus nur das prinzip mit diesen dingern ist ganz interessant es gibt sogar ein level system hier drin wie ich das mitgekriegt habe und ja wenn ihr jetzt denkt jetzt geht es ja mal richtig los oh yeah da kommt der wecker von euch zum aufwecken gedacht fast es ist so ich hatte erst gedacht das ist so 08 15 standard game sowas von immer so kennt aber ich fand die klar gucken wir mal ganz kurz von mehr auf ich fand das game soweit ganz interessant in der hinsicht her wie sich das mit den charakter bild nachher entwickelt so als erstes haben wir das cell phone nehmen das nehmen wir auch gleich erstmal hier haben wir natürlich alle via quest lock inventory contacts und so weiter und so fort drauf interessant fand ich hier nachher kommt noch einen weiteren reiter dazu ich weiß auch nicht und wie weit ich das wir machen metrisches system da sehen wir nämlich das alter die größte und die kilogramm zahlen wie ist das mal so im hier drin habt ihr nachher ein system wo ihr dann eben teilt auch eure kräfte einstellen könnt frage ist jetzt wie wird sich das spiel entwickeln werdet ihr oftmals das spiel noch mal neu durchspielen müssen um verschiedene bereiche oder besser gesagt verschiedene sommer age events neu freizuschalten zu müssen oder wird das spiel dann eben so weiterentwickelt dass man sagt mit den super kräften kannst du dann im teil oder bei diesen telekinetischen kräften die er besitzt wir polon scheißen ganz netterweise wie wir auch so sind da kriegen wir mich an die new quest auch gleich mit da drauf also es wird ein quest system auf alle fälle geben ja und als allererstes was natürlich bei spring hill college machen möchtest ist nicht dahin geben sondern ich die tür durch die tür durch die tür durch die tür durch die tür sich mit den leuten vielleicht treffen die da sind das muss ja halt ein glauben bild ist unser bester freund der gibt euch nachher auch ausschlaggebend den grund oder besser gesagt erzählt euch auch nachher was das mit den superheldenkräften so auf sich hat so wir spielen mal ein bisschen an damit ihr das spiel so ein bisschen kennenlernen könnt ihr trefft auch einige einige leute nachher hier zum beispiel werden wir gleich wieder eine schöne kleine szene bekommen wir helfen hier mal mit den büchern quest new quest so viele neue quest sie auf einmal auftauchen werden dann ein neues girly an der schule auch noch mit dazu also ich würde alles reingesteckt was nicht gerade reinzustecken geht nice warm ich kann man ja mal nice sagen im spiel selber hier nachher gibt es so einige ja h scenes für dich ja noch nicht dazu sagen also sind auf dem wege hinweg zu werden weil es noch relativ fashion so ihr könnt jetzt hier über den quest lockt natürlich sophia's package müsst ihr erstmal abholen wir das ist jetzt im moment das was wir noch haben müssen alles ja und ich erstmal noch nicht machen die quest weil wir erstmal das machen machen und wir sind reich wie sauber 10 dollern so ist natürlich klar ab auf das college gelände wir sollen ja hier erstmal in der shopping mall das paket abholen viele sachen sind auch noch unter ach hier muss ich mal ganz kurz glaube ich einen cut setzen ja glaube ja ich müsste hier mal eben ganz kosten cut setzen und ich sehe wir sehen uns gleich wieder so schon sind wir da wieder da also bei ihr könnt ihr dann eben teilt nachher gucken dass mich ein bisschen dieses shaking ist ein bisschen muss man wissen ob man es mag oder nicht manche mögen ja diese shaking sachen nicht so gerne wenn ein bild so ein bisschen am shaken ist es ist dann eben teilt manche situation sehr unangenehm für manche manche können das ganz gut leiden so wir geben mir das paket haben wir ja auch abgegeben damit haben wir die quest auch erledigt jetzt bekommen wir den anruf was ich sehr interessant fand wir gehen da mal einfach ran und von bill solltest schnell den computer machen oder den tv check your mess oh gott was hat der denn jetzt schon wieder und machen das aus und drehen uns um in die treppe hoch wie gesagt das shaking das muss man mögen oder nicht mögen und machen den computer an und es wollen wir erst mal sehen was los ist so der bill hat mir einen stream link gesendet da wollen wir mal reingucken und hier ist zeit dass es irgendwie sie mal sagen so eine art super humans dabei sind wo viele verschiedene fähigkeiten haben einige können feuer machen andere können dies andere können das und er hat halt ich würde mal sagen die fähigkeit der telekinese oder der beeinflussung ja des ganzen wenn wir uns das ganze ansehen scarlet also meiner meinung nach ist hier nichts großartiges zu sehen am anfang ich weiß nur auf alle fälle dass wir jetzt gleich auf alle fälle nachher noch besuch von jemanden kriegen werden dann interessant da hinten müssen wir darauf achten erst mal wissen woher diese musik kommt ob natürlich von hier und hier sieht man das eben teilt dass bei manchen leuten super kräfte erwacht sind ja ich will jetzt nicht weiter zu viel vom game spoilern ist relativ interessant ich rufe mal eben ganz kurz den spielstand auf damit ich euch mal ganz kurz eben mal zeigen kann was ich so meine mit diesen game mechanics also sehen wir uns gleich noch mal so da sind wir noch mal wieder zurück also ihr habt hier oben seht ihr schon selber das sind so ich glaube die ich habe es noch nicht ganz herausgefunden aber ich glaube dass es sich wieder auf allein wenn ihr dann schlafen geht frischt sich das wieder auf ihr habt hier my powers und da könnt ihr eben halt einstellen was für power skills ihr benutzen möchtet was für einen bereich eures gehirns enteilt mehr aufmerksamkeit bekommen sollte ihr werdet denke ich mal sowieso zum schluss alles ein bisschen abhauen wir dürfen und ich habe es jetzt nicht ganz herausgefunden ob man das symbol überall nutzen kann cooking something bei ihr mussten was zum beispiel mal machen manche sachen ist so ja kannst du was machen oder nicht ich weiß auch noch nicht wie das hier mit diesen diesen system hier richtig zusammen funktionieren wird wie gesagt eine sehr frühe version so wir gehen einfach erst mal ins bett weil ich will mich noch mal ganz kurz wissen ob sich das wie stort wieder an deinem tag sleep until tomorrow machen wir auch gleich wecker weckt uns mal wieder er also jeden neuen tag bekommt ihr die eure kräfte wieder wenn ihr sie verbraucht habt ihr könnt ihr in verschiedenen bereichen nachher benutzen wenn es euch vorgegeben ist ihr könnt sie nicht einfach so im game leider nutzen was ist mir das bisher noch nicht aufgefallen ja moody hat immer die freizügigsten mantel an den ich hier gesehen habe sollen nachher noch zu der lawyer firmen so für die moody quest gehen sadly des quest isn't in this version yet also wie gesagt es ist eine super frühe version weil ich glaube in einer quest log habe ich gelesen dass das bei sophia go to land ladies lawyer firm and talk to her boss das wäre jetzt zum beispiel der auftrag gewesen den ich für sie machen müsste aber bei der lawyer firm wird noch nichts raus gesagt ja gut frühes bild müsst ihr wissen interessiert euch das game findet ihr die idee ganz interessant mit diesen kräften da gibt es ja schon einige games von deswegen keine ahnung ich weiß noch nicht was ich davon halten soll ich selber finde ja die idee des grundkonzepts ja gar nicht mal so schlecht aber wie wird sie sich nachher spielen wird es muss man mehrere durchläufe spielen um nachher diese sachen mit den mit dem mit dem mit den sachen mit den bestingern da frei zu schalten es ist auch nicht so viel jetzt im moment drin was man so sagen kann zu machen zu können meistens what is important to you das ist das erste was man mal ansprechen kann wenn man irgendwie nichts mit den leuten machen kann und how are you also interaktion ist jetzt eher mehr auf diese beiden sachen begrenzt außer eben teilt ihr habt jemanden mit denen ist gerade eine storyline oder also was alles ist da müsste er halt an gewissen tagen zeiten orten an gewissen stellen sein um dann eben teilt die storyline zu erweitern steht ja auch meistens alles in den quest logs trainer travel to alias bolt in the mirror room das sind zum beispiel also es wird eigentlich alles ziemlich gut erklärt was sie halt alles zu tun ist ja schauen wir mal gucken wir mal sehen wir mal was ich hier alles so verbirgt wie das game so wird ich bin gespannt da muss man schon fan von sein finde ich meiner meinung nach mit diesen supernatural kram kann auf alle fälle coole storylines schreiben das wäre nicht das problem aber eben teilt ja das muss ein gefall man muss sich auch dieses thema einlassen können muss auch mit dem thema spaß haben ansonsten glaube ich ist das für viele leute dann nichts wenn sie auf dieses supernatural ding überhaupt gar nicht abfahren und irgendwie nur an bestimmten stellen so gedanken benutzung machen können das dann auch immer so eine frage vorwärts wie für das ganze ding funktionieren wird man noch mehr kräfte bekommen oder besser gesagt wird es nur bei designer kraft bleiben wird man sie öfters auch irgendwo bei anderen sachen einsetzen können also random mäßig oder muss man das das ist nur teil der story line damit eben die storyline weitergeht fragen über fragen ist noch wie gesagt ein sehr frühes bild ich kann es euch diesen den entsprechen noch überhaupt gar nicht sagen aber abwarten 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 würde ich sagen manche wenn die jetzt daran interesse gefunden haben und sagen cool das ist ja gar nicht mal so schlecht ihr solltet auf alle fälle abwarten bis sich das bild ein bisschen weiter entwickelt und man ungefähr sehen kann in welche richtung wird das gang gehen moment hat alles sehr früh style ist in ordnung ist jetzt nichts übernatürlich super gutes ist ein ganz ordentlicher style ja es gibt ich denke mal h scenes also ich habe es eine necke ziehen gesehen da musste ich das einmal einsetzen das war bei ihr hier gewesen bei der neuen hier die habt ihr dann nachher zum treffen ausgeführt das war doch auch in der storyline also besser gesagt auch angepriesen das war hier im park gewesen park können wir dann auch noch mal reingehen ja wie gesagt spiel spielt halt daraufhin gerne gewissen zeiten zu gewissen uhrzeiten an bestimmten orten zu sein und daneben teilt weiter den plot oder besser gesagt story voranzutreiben bisher jetzt wer weiß wie das spiel noch entwickeln wird aber so auf diesem wege bedanke ich mich recht herzlich fürs zu sehen wünsche euch viel spaß beim selber zocken wenn ihr denn lust habt das spiel zu spielen und sonst noch einen schönen tag schönen abend schöne nacht und bis zum nächsten mal